Marmelade Gürtel 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 Lehrer Vierte Der rote Geldbeutel ist hässlich, aber billig. Der rote Geldbeutel ist hässlich, aber billig. Der Der rote Geldbeutel ist hässlich, aber billig. Der rote Geldbeutel ist hässlich, aber billig. Heute ist Vatertag und ich brauche ein Geschenk. Der rote Geldbuchtel Der ist billig. Dieser Gürtel ist schick. Und er ist billig. Ich mag diesen Gürtel. Wie viel kostet er? Ich mag den Gürtel. Ich mag den Gürtel. Wie viel der kostet der rote Geldbeutel. Der rote Geldbeutel gefällt mir nicht. Welcher Gürtel ist... ...ist... ...aus... ...leder... ...aus... ...zu... ...teuer? Suchen Sie... ...ein... ...geschenk... ...zum... ...Vatertag? Der braune Hut ist schick. Aber... ...er... ...ist... ...zu... ...klein. Der braune Hut ist schick. Aber er ist zu klein. Wie viel kostet der rote Geldbeutel. Wie viel kostet der rote Geldbeutel. rote... ...rote... ...rot... ...rote... ...der... ...der... ...braune... ...hut... ...ist... ...ein... ...bisschen... ...zu... ...braun. Ich suche einen Koffer aus Leder für meinen Vater. Maus! Aus! Was kaufst du unserem Papa zum Vatertag? ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hat er schon Handschuhe aus Leder? Maus! Aus! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was kaufst du unserem Papa zum Vatertag? Untertitelung des ZDF, 2020 Was kaufst du unserem Papa zum Vatertag? Untertitelung des ZDF, 2020 Was kaufst du unserem Papa zum Vatertag? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020